Erste Softbrett mit vier Monaten – Papa Bär übt mit Emil Ozean Ist sein Berufswunsch damit beschlossen? Mit knapp vier Monaten genießt Emil Ozean zusammen mit seinen Eltern Janne Höhnscheid, 27, und Berkus Mag, 42, seinen ersten Urlaub am Strand. Der kleine Worneproppen scheint ganz nach seiner Mama zu kommen, wie ein aktueller Post auf Instagram zeigt, auf Fürth Deventura steht er zum ersten Mal selbst auf einem Softbrett. Zwar widmete er sich mit Hilfe von Papa erst mal den Trockenübungen an Land, doch eines ist klar, ihr liegen die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere als Wellenreiter dank Profisurferin eindeutig in den Genen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017